Capturing bedeutet das Einspielen von Videofilmen in TV-Sendungen usw., was jedoch auch ebenso gut bei Livestreams funktioniert. Generell gibt es viele Möglichkeiten Capturing einzusetzen. Zum Beispiel auch jetzt, hier in diesem Erklärvideo, wenn ich euch aus Demonstrationsgründen zeigen möchte, wie das Ganze dann ausschaut und was ich damit meine. Diesbezüglich möchte ich euch im Zuge dessen auf ein früheres Video von mir aufmerksam machen. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Rebus, wo ich euch ein sogenanntes Berufsrisiko erraten lasse. Wenn ihr die Auflösung des Rätsels erfahren möchtet, klickt einfach am Ende des Filmbegriffsvideos in die obere rechte Ecke, da ich euch das Bilderrätsel dort verlinke. Und dieser Ausschnitt des eben angesprochenen Films von mir war eine Einspielung bzw. ein Capturing. Diese jedoch können auch noch ganz anders funktionieren. Das beste Beispiel hierfür lieferte immer Stefan Raabs Sendung TV-Total. Dieser hatte von Beginn an an seinem Studioschreibtisch eine eingebaute Konstruktion gehabt, welche mit mehreren Knöpfen versehen war, sodass er bei Bedarf durch Betätigen dieser sofort kurze Videoeinspieler in seine Moderation mit einbinden konnte. Als er dann später durch einen dieser Capturings zu einem Song inspiriert wurde, griff er beim Vortragen des Liedes dann zusätzlich auf einen Buzzer zurück, der die gleiche Funktion hatte. Gut sehen könnt ihr das in der betreffenden Aufzeichnung, welche ich euch eben verlinke. Dieses Verfahren ist generell vielseitig einsetzbar. So beispielsweise auch in Live-Sendungen, wenn z.B. während einer Jubiläum-Show Gratulanten Grüße per Videobotschaft über den ETA senden wollen, etc. etc. Wie die Technik so vorgehandhabt wird, um das Capturing in dieser Art überhaupt realisieren zu können, das erfahrt ihr von mir in einem meiner nächsten Videos.